Oh! Irgendwie anders! Warte, Benni, das alles gefunden? Scheiße! Mein Notizbuch! Du musst auf jeden Fall mein Notizbuch retten! Wenn das rauskommt, muss ich sterben! Da stehen meine total geheimen Notizen drin! Jetzt hab ich dich! Scheiße! Jetzt hab ich mich! Jetzt hab ich mich! Vergesst mich nicht! Geht euch meine Abschlussquote an! Warte! Ich hab dich nicht verliegt! 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 Hallo zusammen, ich bin Private Beans. Hört mal kurz auf Häuser zu verbrennen und hört euch das dämliche Tagebuch dieser Emo-Braut an. Das ist so lustig. Hier, hör zu. Auf der Flucht, Tag 1. Ich glaube, meine ganze Familie ist tot. Was soll ich nur tun? Noch mehr? Das ist nicht... Das geht nicht! Kammerjäger, du musst was unternehmen! Finde ihn! Tag 3. Meine Familie fehlt mir so sehr. Manchmal fühlt es sich so an, als wäre mein Herz eine Faust, die ein Stück Stacheldraht ganz fest umklammert. Es tut so weh, den Draht festzuhalten, aber ich habe Angst, ihn loszulassen, weil ich ihn dann nie mehr zurückbekomme. Ruh, schnief. Da geht's nicht um mich. Das ist nur ein Song, den ich schreibe. Es geht um Politik. Ich! Ja, das glaubt mir keiner, oder? Vergiss es! Finde den Typen, bevor er meine Geheimnisse entdeckt! Schalter! Was schon viel vor! Ich bin frei, die Polenation! Taille! Ja, das gehe ich noch aus. Die Bühnen rien. welcher Geraden. Echt, auf? Was schon leST? Du bist Schalter! Ich bin frei, denkst du meinen König. Ich bin Erstai! Du bist schade. Ihr tut es. Bis das. Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Streng doch uns wenigstens an! Tja, verdammt! Tja, verdammt! Ah! Scherz! Scherz! Scheiße, er reißt Seiten raus. Heb sie auf, aber lies nichts davon. Okay, okay. Tag Elf, ich lebe jetzt in einer Gasse. Sie ist warm genug, um die Nacht zu überstehen, weil es dort... 20 Minuten ein Druckventil zur Entlüftung der Kanalisation öffnet. Das Chick hat in einer Furzöhle gehaust. Sie hat alles verloren. Hey, das war nur ein Gedicht. Die Kanalisation ist nur eine Allegorie für Jung. Langweilige Dichtungen. Nicht real. Nur ein erfundenes Gedicht. Ich meine es ernst. Fände den Kerl. Ich meine es ernst, ich weiß nicht, wie ich bin. Langweilige Dichtons. Oh yeah! Ich meine es ernst, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie ich es ernst habe. Ich weiß nicht, wie ich es ernst habe. Das war's für heute. Die Eintrachter-Siege wird degradiert. Oh, 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 oh. Geld beißt mir. Ach, war's nicht bei einem Vorgesetz. Tag 443, der Captain bot mir einen Platz in seiner Crew an. Ich bin beim nächsten halt von Bord gegangen, mit seinem Raumanzug. Den hab ich dann verkauft. Ich brauchte was zu essen. Ring, Ring, hallo! Wir verkaufen Bindumsängste. Oh, du hast schon alle. Pech für mich. Nein, so war das nicht. Ich wollte nicht... Weißt du was? Halt die Fresse, Wichser! Kammerjäger, ich meine es tot ernst. Du musst ihn finden. Das ist wirklich wichtig. Tag 939. Warum bin ich nur in dieses blöde Kloster gegangen? Die beschissenen Mönche stinken wie Gouda und ich hab wirklich jeden Käse gesehen, seit ich hier bin. Es gibt da so eine Tussi mit blauen Haaren, die öfter am Markt rumhängt. Sie hat eine total coole Maliwan-Waffe. Vielleicht kann ich ihr etwas stehlen und es gegen die Waffe tauschen. Oh, oh, na, hoffentlich hören keine Mönche zu. Ich bin so enttäuscht von dir, Kind. Bruder Mendel, ich wollte mich nicht über euren Käsegeruch lustig machen. Ah, das ist doch scheiße! Ah, das ist doch, hey. Wie soll ich das antreten? Ah! 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 Drauf! Du hast hier die falsche Sucht! Schreiten! Ego! Ihr Team ist! Sprechen wir einfach zum Ende! Moment, was ist denn das auf dem Einband eine Karte zum Schlüssel eines supergeheimen Waffenlagers? Oh, Kachin Baby! Oh, ich hab dir doch gesagt, dass da wirklich wichtige Notizen drin stehen! Er wird sich den Schlüssel zu den Waffen holen und hier alles in die Luft jagen! Ich schicke dir die Koordinaten des Schlüssels, dort wirst du ihn finden! Du musst ihn ausschalten! Stellt! Stellt euch das vor! Das Chick ist so allein! Sie hat niemanden! Sie kann keinem trauen und lebt in einer Vorzöhle! Oh, kannst du den Typen bitte umbringen! Stellt euchsiä陣äckchen! Mann! Fick den Kerl! Jetzt wirklich! Hol dir den Schlüssel, Kammerjäger! Diese Waffen sind nicht mehr sicher jetzt, wo Marlon weiß, wo sie versteckt sind. Du solltest sie besser mitnehmen. Ja, ich schon! Ich bin nicht mehr sicher! Bleib liegen, Loser! Immer schön vorsichtig! Du hast den Schlüssel? Geile Sache! Das Versteck ist ganz in der Nähe. Ich bin froh, dass die Waffen jetzt in guten Händen sind. Kannst du mir dann, ähm, mein Zeug zurückbringen? Ich bin froh! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Cool? Cool.